Herzlich Willkommen bei Traumbilder, dem Entspannungspodcast von und mit Dennis Aitin. Ich freue mich, dass so viele von euch diesen Podcast hören und dass er euch schon etwas gibt, was euch im Alltag das Leben ein bisschen leichter macht. Und um das Ganze weiterhin zu unterstützen, habe ich weitere Dinge entwickelt, die dazu beitragen sollen, ein bisschen weniger Last auf den Schultern zu haben und ein bisschen mehr Kraft für den Tag. Mehr dazu findet ihr auf meiner Homepage www.dennis-aitin.de. Dort findet ihr Ratgeber, Bücher und andere Dinge, die euch unterstützen sollen. Und jetzt viel Spaß bei deiner Entspannung. Herzlich Willkommen bei Traumbilder, dem Entspannungspodcast von und mit Dennis Aitin. In der heutigen Folge geht es darum, in den Schlaf zu finden und neue Kraft zu tanken für den nächsten Tag. Wenn die Sorgen des Alltags und der Stress so groß sind und der Gedanke an den nächsten Morgen mit all den Aufgaben, die da warten, zu groß werden, haben viele große Schwierigkeiten, in den Schlaf zu finden. Der Kopf kreist, die Gedanken lassen einen nicht los und der ganze Körper reagiert auf die Gedanken. Man ist unruhig und man findet nicht in die Ruhephase, die man so dringend braucht. Dafür ist diese Folge da. Mach es dir nun also bequem in deinem Bett. Mach es so dunkel wie du es magst. Finde die Liegeposition, die dir gut tut und in der du zur Ruhe kommen kannst. Und komme an. Fühle die warme, schwere Decke auf dir, die dich umhüllt und dich schützt. Genieße das weiche Kissen, was deinen Kopf trägt. Spüre, wie dein ganzer Körper auf der Unterlage liegt, die ihn sicher trägt. Schließe nun die Augen und beginne mit deiner ganz tiefen Atmung, ganz bewusst ein- und auszuatmen. Tief ein- und aus. Ein- und aus. Zähle leise und langsam runter von 10 auf 0 und beobachte dabei deinen Atem, wie es Stück für Stück ruhiger wird. 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Atme tief ein- und aus. Spüre die warme Decke, die dich wohlig umschließt. Genieße das Kissen, was deinen schweren Kopf trägt. Spüre, wie dein Körper auf der Unterlage liegt. Du bist angekommen und du bist ganz ruhig. Atme tief ein- und aus. Sage dir selbst, ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Atme tief ein- und aus. Atme tief ein- und aus. Ein- und aus. Achte darauf, wie die Luft in deine Lungen einfließt und wieder ausströmt. Spüre den Rhythmus deines Atems. Spüre den Rhythmus deines Atems. Ein- und aus. Ein- und aus. Ein- und aus. Fühle die Wärme deines Bettes und den ruhigen Rhythmus deines Atems. Konzentriere dich auf deine Beine. Sie sind ganz schwer. Sie sind ganz schwer. Deine Beine sind ganz schwer. Achte nun auf deine Arme und sag dir selbst, meine Arme sind ganz schwer. Meine Arme sind ganz schwer. Spüre deinen Kopf, wie er auf dem Kissen liegt und wie sich deine Schultern entspannen, weil sie deinen Kopf nicht schwer tragen müssen, sondern diese Aufgabe ans Kissen abgeben können. Und spüre, wie dein Kopf und deine Schultern ganz schwer werden und sag dir selbst, mein Kopf und meine Schultern sind ganz schwer. Und mein Kopf und meine Schultern sind ganz schwer. Spüre deinen gesamten Körper und sag dir selbst, mein ganzer Körper ist ganz schwer. Ein ganzer Körper ist ganz schwer. Ein ganzer Körper ist ganz schwer. Und spüre, wie dein Körper ist ganz schwer. Und spüre, wie dieses warme Licht deinen Körper durchflutet. Und konzentriere dich auf deine Füße. Und spüre, wie sie warm werden. Und deine Waden und deine Waden und deine Oberschenkel. Sag dir selbst, meine Beine sind ganz warm. Meine Beine sind ganz warm. Spüre, wie das Licht auch in deine Arme strömt und konzentriere dich auf deine Hände. Auf deine Unterarme. Auf deine Oberarme. Und deine Schultern. Spüre, wie das Licht deine ganzen Arme wärmt und sag dir selbst, meine Arme sind ganz warm. Meine Arme sind ganz warm. Meine Arme sind ganz warm. Spüre, wie das Licht deinen ganzen Bauch- und Brustraum durchflutet. Fühle. Fühle die Wärme des Lichts und sag dir selbst, meine Brust und mein Bauch sind ganz warm. Meine Brust und mein Bauch sind ganz warm. Spüre nun deine Stirn. Sie bleibt kühl und frisch. Und du merkst, wie dein warmer Körper und deine kühle Stirn einander gut tun. Und alles eine Einheit bildet. Warm, schwer der Körper. und kühl die Stirn angenehm kühl. Sag dir selbst, meine Stirn ist angenehm kühl. Meine Stirn ist angenehm kühl. Schenke deinem Herzen und deiner Atmung große Aufmerksamkeit. Spüre, wie dein Atem ruhig fließt. Und wie dein Herz ruhig schlägt. Und sag dir selbst, mein Atem fließt ruhig. Und mein Herz schlägt ruhig. Mein Atem fließt ruhig. Und mein Herz schlägt ruhig. Ich bin ganz ruhig und ganz entspannt. Ich bin ganz ruhig und ganz entspannt. Stell dir vor, du stehst auf einer großen, weiten Bergwiese. und blickst über das Bergpanorama. In der Ferne zwitschert ein kleiner Vogel und spricht dir Mut zu. und flüstert dir zu. Hab Mut. Sei stark. Sei du. Sag dir selbst, Ich bin stark. Ich bin stark. Ich bin mutig. Ich bin ich. Beobachte, wie der kleine Vogel davonfliegt und am Himmel immer kleiner wird. Folge ihm mit deinen Blicken, bis du ihn nicht mehr siehst. Schenke den Wolken am Himmel deine Aufmerksamkeit und blicke ihnen nach, wie sie davonziehen und alle Last des Alltags davon tragen. Beobachte sie, wie sie dir alles von den Schultern nehmen, was dich belastet. blicke ihnen nach und sei ihnen dankbar für ihre Unterstützung. Atme tief ein und aus. Lasse dein Atem fließen, so wie er fließt und genieße dein weiches Kissen, deine dich tragende Unterlage und deine weiche, warme, dich schützende Decke. Genieße die Wärme und Schwere. Genieße die Ruhe, die du dir selbst geschenkt hast und freue dich auf einen entspannten Schlaf, der dir neue Kraft gibt und dich mit Mut und Optimismus und Freude ausstattet für all das, was kommen mag. Gute Nacht 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020